Ho 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 ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Karls Manufakturen Adventskalender und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich wurde von super vielen auf diesem Adventskalender getaggt und zwar bei Instagram. Der kostet 39,50 Euro und soll so leckereien, selbst hergestellte Leckereien, wie auch immer, enthalten. Ich bin echt gespannt. Ich muss gleich erstmal versuchen, das Ding aufzukriegen, denn da bin ich eben dran gescheitert. Ich glaube, man muss es irgendwie aufreißen, denn da ist so eine Lasche drin. Das heißt, es wird kein wiederverwendbarer Adventskalender sein. Das ist ein bisschen schade. Das kann man so öffnen und wenn man dann die erste Hürde genommen hat, sieht der Kläppchen Adventskalender so aus und ich bin super gespannt, was hier drin enthalten ist. Ich persönlich kenne Karls Manufakturen nämlich gar nicht, also diesen Online-Shop. Wir haben bei uns in der Gegend so einige Bauernläden und so, wo ich gerne einkaufen gehe. Aber gut, schauen wir mal rein. Als erstes haben wir den Erdbeer-Schokotraum hier drin. Ich persönlich mag leider nicht so gerne Früchte oder Obst zusammen mit Schokolade. Aber gut, hier ist keine Füllmenge angegeben. Ich gehe jetzt irgendwie mal von 25 Gramm oder so aus. Ich denke aber, dass ich euch eher weniger den Wert ausrechnen kann. Weiß ich nicht. Ich gucke mal, wie ich das hinbekomme, ob ich da was finde. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren, im wahrsten Sinne des Wortes und schauen, ob ich das nicht vielleicht doch mag. Aber eigentlich Schokolade und Früchte ist nicht so ganz meine Welt. In der Nummer 2 haben wir eine Seife frische Erdbeere. Okay, hier ist auch ein bisschen Bodycare mit drin enthalten. Auch hier keine Angabe zur Füllmenge. Finde ich interessant. Also ich mag gerne Erdbeerduft tatsächlich und das passt für mich auch. Ein Herz finde ich auch ganz niedlich. Also verwenden werde ich die. Okay, wir haben in der Nummer 3 passend drei Kaminkekse. Sehr niedlich. Und ja, ich weiß nicht, womit die sind. Also wahrscheinlich Schokolade und Erdbeere wieder, ne? Wir sind ja gerade im Flow. Ja, es ist ganz niedlich. Aber drei Kekse, wow. Die Nummer 4 war leider ein bisschen zu groß für ihr Kläppchen. Sie enthält Vollmilch, Schokolade, Erdbeere. Haben wir jetzt hier alles mit Erdbeer und Schoko? Nein, das wäre ein bisschen ärgerlich. Es sieht echt lecker aus. Aber ich bin halt leider nicht so der Ultra-Fan davon. Und ja, ich werde es trotzdem essen, weil es wäre halt zu schade. Aber ja, ne? Süß, dass hier so gefriergetrocknete Erdbeeren drauf sind und so. Und es ist echt schön gemacht, muss man wirklich sagen, ne? Ja, aber die hätten das Kläppchen auch ein bisschen größer machen können, weil es ist halt leider jetzt beim Rausnehmen kaputt gegangen. Es ist ein bisschen schade. Ich habe es schon aufgeschnitten, damit es ein bisschen besser funktioniert. Aber ja, in der Nummer 5 haben wir einen Kaffee-Winterzauber hier drin. Okay, also das wird dann wohl Pulverkaffee einfach hier drin sein. Joa, kann man machen. Ich weiß nicht, was hat der dann irgendwie noch eine Zimtnote oder so mit dabei? Wir verwenden ja eigentlich keinen Pulverkaffee. Deswegen werde ich den auch nicht selber für uns verwenden. Wir haben ja einen Kaffee-Vollautomaten. Joa, okay, Kaffee. Ich liebe Kaffee. Kaffee ist toll. Oh, in der Nummer 6 haben wir Popcorn drin. Und zwar Erdbeer-Popcorn. Ja, äh, eine Handvoll, ne? Ist ganz süß, ist ganz cool. Werde ich essen. Interessant, ne? Ich weiß gar nicht, wie man sowas herstellt. Sehr interessant. In der Nummer 7 haben wir Naschis drin. Und zwar Winterzauber-Bonbons. Das finde ich ganz niedlich gemacht. Das finde ich auch sehr, sehr ansprechend. Die werde ich bei uns mal auf den Tisch stellen. Und dann werden wir uns die mal genehmigen. Ja, ich glaube, dass das Spaß machen wird. Sieht so ein bisschen fruchtig aus, aber auch irgendwie grün und so, ne? Cool. Und ich liebe diese kleinen Gläschen. Das ist voll mein Ding. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir einfach mal Marmeladentraum. Nein, Quatsch. Erdbeertraum drin. Also eine Marmelade. Und ja, auch wieder so ein kleines Gläschen. Finde ich total hübsch. Echt. Über die Nummer 9 möchten wir uns gerne freuen. Und das Ding ist, man sollte bei diesem Adventskalender wirklich beachten, dass man Erdbeer mögen müsste. Denn hier haben wir Erdbeer-Sahne-Bonbons drin. Auch das mag ich gerne. Finde ich toll. Werde ich auch wieder bei uns hinstellen. Und wenn man auf so kleine Gläschen hinstellt, ich glaube, das wird mein Freund auch ganz niedlich finden. Und da kann man sich mal einen so naschen zwischendurch, ne? Finde ich süß gemacht. Aber es ist sehr einseitig von der Geschmacksrichtung her, muss ich gestehen. In der Nummer 10 haben wir was echt cooles in so einem kleinen Gläschen. Und zwar Ostseesalz. Das finde ich mega. Das finde ich wirklich, wirklich mega. Ne? Ja. Salz. So grobes Salz. Wird nach Salz riechen und schmecken. Finde ich klasse. Also sowas verwende ich auch super gerne zum Würzen. Klar, es ist halt Salz. Aber gerade so grobes Salz, grobes Meersalz mag ich gerne. Diesen Adventskalender könnte man auch nennen die 24 Arten der Erdbeerverwendung. Denn hier haben wir in der Nummer 11 ein Erdbeergelee drin. Bestimmt super lecker, werde ich auch essen. Also ist ziemlich niedlich, ziemlich cool. Ich vermisse halt wirklich Mengenangaben, Mindesthaltbarkeitsdatum. Sowas gehört da eigentlich mit drauf. In der Nummer 12 zur Halbzeit haben wir Erdbeerkekse drin. Nein, es ist toll. Es ist wirklich toll. Wir haben hier vier Kekse drin. Aber man sollte halt wirklich auf Erdbeer abfahren, ne? Ansonsten hat man echt ein Problem. Hey, es gibt doch noch andere Sachen. Es gibt Kirsche, es gibt Waldfrucht, es gibt Birne, Apfel, Rampampam. Nein, Erdbeer. Und weil die Erdbeerernte wohl so gut gewesen sein muss, gibt es in der Nummer 13 natürlich auch nochmal Erdbeerbonbons. Hatten wir ja eben schon in der Sahnevariante und jetzt haben wir Erdbeerbonbons. Ja. In der Nummer 14 versteckt sich eine absolute Überraschung, denn hier steht einfach Wintertraum drauf. Es wird eine Marmelade oder sowas in der Art sein, aber wie genau das schmeckt, keine Ahnung. Ja, interessant. In der Nummer 15 gibt es unsere zweite Handvoll Popcorn. Dieses Mal in der Karamellvariante. Ich lieb's. Also sowas ist echt voll mein Ding, ne? Da könnten die ja auch ein bisschen mehr von reinpacken. Das erinnert mich ein bisschen an Karneval bei uns, weil wenn da die Wagen halt fahren und dann Kamelle verteilen, wird auch ganz oft Popcorn geworfen und da frisst man sich da echt voll immer mit Popcorn. Das ist so witzig und das sind halt meistens auch solche Mengen oder ein bisschen mehr. Ja, cool finde ich auf jeden Fall, dass das hier wirklich alles nur gepopptes Popcorn ist. Da ist kein ungepopptes Korn dabei und auch kein Kribbelkram oder so, ne? Das ist wirklich schön ausgewählt. Ja, freue ich mich drauf. Bei der Nummer 16 war ich jetzt ein bisschen schlauer, denn hier haben wir auch wieder eine Tafel Schokolade drin. Weiße Schokolade Erdbeer. Witzigerweise, weiße Schokolade mag ich mit Früchten. Frag nicht. Ist total verrückt. Die habe ich jetzt auch nicht zerbrochen. Die habe ich heile rausbekommen. Das finde ich toll. Da freue ich mich drüber. Und ja, das ist niedlich, ne? In der Nummer 17 haben wir Erdbeersahne Kaffee. Oh mein Gott, das hört sich für mich echt nicht so an, als würde es zusammengehören, oder? Ich weiß ja nicht so genau. Ja, so ein kleines Ding, wo, was weiß ich, wie viele Tassen rauskommen werden, nicht allzu viele. Ja, riechst du jetzt hier wirklich nichts raus, aber wie gesagt, ist das Pulverkaffee, den verwenden wir leider nicht. Crazy Mischung. Oh, das finde ich cool. In der Nummer 18 haben wir so eine Trinkschokolade drin. Das ist so ein Block und das kann man sich dann einfach in heiße Milch reinschmeißen. Das ist für meinen Freund, der wird sich drüber freuen. Und dann hat man so eine richtig geile Trinkschokolade, so einen geilen Kakao-Gedönsen, ne? Das ist was für ihn. Das finde ich toll. Das zweite Beauty-Produkt kommt jetzt in der 19 und das ist eine Erdbeer-Badekugel. Natürlich ist es eine Erdbeer-Badekugel. Ja, die kannst du dann einfach in eine Badewanne schmeißen und dann sprudelt das wahrscheinlich schön, riecht erdbeerig und erfreut die Sinne. In der Nummer 20 geht die Party ab, Leute. Hier ist Stoff drin. Marzipan-Zimt-Löffel-Eier-Likör. Hallöchen, Puppöchen. Ich liebe sowas, ne? Ich bin jetzt ja eigentlich nicht so der Ultra-Alkoholtrinker, aber ab und an darf man sich auch mal gönnen. Und ja, das könnte gut werden. Und wenn man sich am 21. Dezember darüber ärgert, dass man das vom 20. zu schnell aufgegessen hat, ist nicht schlimm. Du kriegst ja nochmal Löffel-Eier-Likör. Aber diesmal ganz klassisch, sowas kannst du sicherlich auch total super über Vanilleeis oder sowas drüber machen oder über Pudding oder so. Das ist schon lecker. Am 22. Dezember geht unsere wilde Erdbeer-Reise weiter mit Erdbeer-Chutney. Und ja, haben wir hier wieder so ein Gläschen drin. Ist süß, definitiv kommt, ne? Und sowas, das heißt ja bei 1, 2, 3 Mal Essen auch leer, ist alles gut, ne? Aber so viel Erdbeer. Am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, verwöhnt uns ein Schokotraum. Das wird sowas ähnliches wie halt Nutella, Nusspli oder sowas sein, ne? Sowas esse ich ganz gerne. Das finde ich cool. Das freut mich. Okay, am 24. Dezember haben wir hier so ein kleines süßes, rotes Säckchen drin. Und da ist irgendeine Münze mit dabei. Okay, Karls Erdbeer-Taler. Ach so, Karls, die sind dann wahrscheinlich sowieso eher so ein Erdbeer-Bauer-Gedönsen, ne? Das wusste ich nicht, keine Ahnung. Ein 5-Euro-Gutschein. Ja, süß. Dann muss man da wohl mal hin, ne? Ich bin da noch nie gewesen. Sitze ja auch nicht so nah bei. Aber gut, ja, habe ich hier so einen Taler hier mit dabei. Yay. Das war er nun. Der Karls Adventskalender. Ich hätte wahrscheinlich aufgrund des Logos drauf kommen müssen, dass da ziemlich viel Erdbeer drin sein wird, ne? Also die sind ja echt mega eskaliert hier mit ihrer Erdbeere, meine Herren. Mein Erdbeerbedarf ist auf jeden Fall erstmal ganz gut gedeckt. Das ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall ein interessanter Adventskalender. Ist er wirklich seine 39,50 oder was er da gekostet hat wert? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe letztendlich irgendwie 44,40 Euro oder so bezahlt. Keine Ahnung, weil ich ja noch den Versand auch mitbezahlt habe. Aber ich weiß nicht. Also tut es da nicht einfach einer von DM Bio oder von Ener Bio oder keine Ahnung, also von DM oder von Rossmann? Ich glaube schon. Und wenn man halt einen großen, geilen Adventskalender haben will, dann würde ich eh den von Degusterbox, Brand News oder so weiter nehmen. Da sind halt einfach noch größere Sachen drin und irgendwie vielfältiger. Hier ist halt sehr krass auf Erdbeer gemünzt und gerade das in Kombination mit Schokolade, ja, mag nicht jeder, ne? Ist jetzt nicht so der Hit, würde ich sagen. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen, aber ist jetzt nicht so die Ultra-Empfehlung von meiner Seite. Trotzdem danke, dass ihr mir den empfohlen habt, sodass ich mir den einfach mal anschauen konnte. Diese Gläschen finde ich so niedlich und auch das Popcorn, da freue ich mich mega drüber. Ne? Das ist auf jeden Fall spektakulär gerade gewesen. Und ihr Lieben, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Ich fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!